Ich überhole das nochmal. Wahrscheinlich ist es nicht auf dem Band. Wenn dann, dann macht das nichts aus. Hier translatorische Bewegungen der Brustbein. Okay, Akkoton. Und dann hier diesen Ring, mit dem ich zeichne hier. Ich würde vorstellen, dass mitten im Brustbein ist ein Ring, wo ich das abzeichne, so einen Punkt und den Ring entlang. Das hilft mir, die Bewegung zu koordinieren. Also, ich habe hier einen Bot, mit dem Brustbein, mit dem Brustbein, mit dem Brustbein, mit dem Brustbein, wo ich den Brustbein zusammengestellt habe. Okay, das war der Egan. Okay. Dobře. No. A... ...protože právě jsem taková nějaká ložka, aby to bylo spirituální, nebo pouční, že tedy, jako jsem, vyhládám ty krásný místa na takové cvičení, jo, a pomocí těch, jakoby propojování na tu krajinu, jo, no, když si na to dívám, když cvičím, tak pomáhá to i tý duši. Já teda jsem vzděláním fyzioterapeut a trenérce do toho fitnessu, a taky současně vizidární vědec, jazykovědec, filozof, tak trochu dost, že, proto hledím na to, aby ten začátek v podne byl opravdu celistvej, jo. Well, I have studied philosophy, literature and art, and also linguistics, and physiotherapy, and so I include in fitness all those components of a meaningful life through the body, and I have studied Literaturwissenschaft in Kölnstrand from the Uni in Bodensee and then physiotherapie in Kölnstrand in Kölnstrand and so I also a part of a of and so is it so we we the first sequence with a a a a a a a a a die vollenden Übungen ein bisschen you should be centred you should be centered and you can sing to wash away all those yesterdays you know we gocham et alias la tu ssemi tja sti du to spi a spiram et alias to nas napadne a museme gochat dann bin ich auch noch so so jetzt ist es jetzt ich habe hier die hier wir die 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 etwas dann hier so ich das wir haben dass ihr Das ist ein bisschen größer als... Ich hab da ja Pizze, ne? Also, das ist... Hier kommt so, woher der Satt zu? Da kann ich mir immer... Nee, ich würde auch etwas Pizze machen, weil... Stimmt nicht schon Kapital, ne? Okay. Wait what you see now. Das, was man jetzt macht, ist also ein Durchflopfen des Brustbeines und Schlüsselbeine und Nacken. Und auch Gesicht leicht, alle die Knochen, sozusagen Nase, Seite, bla bla, Augen, ne? Damit jetzt mal einfach auch die Bilanzkraft zu dem Tag zu dem Tag erweckt wird. Die sind also und so, All those parts that have separated, you know, the contacts lose and so, and as you hit it then it starts to play again. So this is the method, you know, tapping all the body makes it play again. Wow, and sometimes you really get a kind of shamanistic ecstasy. These are also bio-energetic exercises, okay, to wash away and shake away the old man of yesterday. You know, all those problems we must have in those big cities, you know, where there are so many people all to get oppressed. So you shake away all what you feel is oppressing you and this you can achieve at best. If you make a kind of childish grimaces, because all those, according to Alexander Levin and his bio-energetic, all those small tensions in the muscles that you pick up during the day are accumulated also in the face and then you have this kind of mass. To move on with the test from Alexander Levin and his bio-energetics as well, dass wirklepäume, propläume und auchklepäume den staren Traum, der ihn einfach stuhl mit einem tiseren Ruhm. und wir klepäume, die sich im Schroeven und die Schroeven dann einfach zu betonieren durch die Brühe. Also, wir klepäume, insbesondere mit Grimas. Also, das waren die bioenergerischen Übungen, die wir praktisch durchgehen durch die ganze Reihe Gebrauchern, weil es bekam durch die Studien von Alexander Löwen und anderen, dass die sämtlichen seelischen Spannungen ihre Taxen beansammeln, sich dann in der Muskulatur niederlassen und dann also zu einer Art Panzer, Gefühlspanzer, hinter der Muskulatur fährt und besonders im Bereich des Gesichtes, sodass wir das alles wegschütteln, den alten Menschen und die Säuren und das geht sehr gut beim gleichzeitigen Klopfen auf den Schädel und wir massieren und wenn es uns so mal klappt und passt, dann können wir auch bestimmte melodieren, weil wer singt der ärgert sich nicht. Okay. Und so wurde der ganze alte Mensch weichgeklopst. Okay, also ears, scratching the ears, well I don't have here a proper position, so that I must stay, okay maybe I found this, I have seen this now, will it fall down, no it doesn't fall down. So I can now scratch my ears, and all those little labyrinths, okay, kind of acupuncture, morning acupuncture, I can scratch my ears and scrub my ears and then I have all my ears, so I have one Oh, wie krass, neprojíždí. Ah, ein paar Teile ist los. Uh, 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 uh. Ich habe einfach sokole und akupunktur. He?